Drücken Sie am Versorgungs- und Steuergerät den Programmiertaster RUN PROG einmal kurz. Die gelbe Leuchtdiode blinkt. Drücken Sie nun an der Außenstation die Klingeltaste, bis nach 6 Sekunden ein Löschton erklingt. Wiederholen Sie diesen Schritt für das Löschen weiterer Klingeltasten. Zum Abschluss der Programmierung am Versorgungs- und Steuergerät den Programmiertaster RUN PROG einmal kurz drücken. Die gelbe Leuchtdiode leuchtet.